Na ja, willkommen zu dem Video und heute machen wir die NoEnglishWordChallenge mit dem lieben, du musst was sagen. RNS, moin. Ich wollte extra noch ein bisschen länger warten, jo, was geht? Heute machen wir die NoEnglishWordChallenge mit Na ja, heißt, keine englischen Wörter benutzen. Das heißt einfach schweigen und Musik hinterlegen. Selbst erklären, genau, Musik anhören, schweigen und ganz richtig Maus abusen. Du redest einfach, äh, Ding da, du redest einfach jetzt auf, oh, Maus abusen, hast du gesagt? Da kann ich auch, oh. Ey, unnötig. Äh, du redest einfach russisch wie in deinen Videos. Ja, genau, hab ich auch gehört. Promet, Kaktila, äh, Kurova, Kurova. Das ist Polnisch, Kollege. Ich weiß, ich hab sogar einen polnischen Mitbewohner. Ja, Simon? Ne, Simon ist Peru, ne? Ja. Äh, King. Krasse aus, ey. Aber Simon ist der beste Mann. Ja, Simon ist sowieso der beste Mann. Du musst mal mit dem wieder, du musst mal wieder, ähm, eine, warte, eine öffentliche, ne, wie heißt das? Ich kann das Wort nicht sagen. Du musst was mal wieder machen, dass der drin ist und dass der wieder reinkommt in den Raum. Ja. Ich muss wieder einen South-Stream machen. Äh, runterspringen. Oh. Der springt auf mich, ich muss, äh, ihn abwehren. Und am besten noch dabei mein Knockback verringern. Nein! Mein Rückstoß verringern, jetzt muss ich hinterspringen. Eigentlich muss man echt schweigen, die ganze Zeit. Ey, der Shop gefällt mir nicht hier. Ey! Der Verkäufer gefällt mir nicht, ich raste hier gleich auf. Ja, das, äh, mit dem Verkäufer müssen die noch verändern. Das muss ich denen noch sagen. So, dann muss ich gucken, dass ich meinen Rückstoß verringern kann. Und, äh, am besten eine gute Oberfläche auf meiner Maus habe. Du kannst die ja ablecken. So wie... Ich bin nicht Heech. Ich finde das immer noch lustig, dass er seine Maus ableckt. Ist doch geil, hä? Ehrlich, würdest du's schon gerne machen, so. Ja, eigentlich schon. Der ist unten, der hat überlebt, by the way. Junge, ich sag, by the way. Das ist diese Challenge, ey, das ist ruhig. Da bleib ich noch zu Weißblut. Das ist dein Name. Der, warte, Lego-Bauen. Ja, Lego-Bauen, äh... Das ist einfach, das Englisch ist bei dir jetzt so drinnen. Ja. Aber auch der 52, äh, Himmelsucht52, der kommt zu uns, aufpassen. Der ist in Team Blau. Als er auf mich springt, muss ich in diesem mit einem Anti springen abwehren. Und er hat eine sehr schlechte Internetverbindung. Ich hab die grüne. Äh, irgendwie, ich bin auf jeden Fall auf diesem InTrouble-Server. Geht euch gerne mal vorbeischauen. Aber selbstverständlich ist Oaza der beste Server. Ha, ha, ha. Delete. Bist du eigentlich, äh... Äh, warte, YouTube, jetzt spring ich sowieso runter. Plus auf Oaza. Ja, ja, normal. Schon länger. Was ist dein, äh... Warte, ich bring jetzt unser Statement dazu, dass... Ich glaub, Labby und Vapix haben noch verlassen, oder? Muss halt jeder machen, was er möchte. Also, was bringt dir denn das da zu sein, wenn das Ding keinen Spaß mehr macht? Ja. Die können, das ist gar kein Problem, ich hab da sowieso nichts. Ob die das, ob die den Server jetzt unterstützen mit Rang oder einfach mit dem normalen, ähm... Äh, lila Rang. Die können auch nochmal gut gerettet. Das ist ja egal. Also wenn die wollen, können die das ja gerne machen. Das ist ja kein Problem. So, dann die blauen kommen jetzt noch. Ja, die werden jetzt, äh, gegen automatische Klicker... Ach ne, warte. Ja, gegen automatische Klicker werden die doch jetzt unterstützen. Den... Server. Warte, ich weiß nicht, ob ich die... Ob ich die hab? Du schaffst das. Ah, schade, ne. Ich war viel zu schlecht. Ich war viel zu schlecht. Mit so einem Mates, wie kann ich da gewinnen? Ich zieh den, äh, Gottbauen durch. Simon... Na, Simon? Willst du meine Aufnahme irgendwas sagen? Ja. Der Simon schlägt mich grad einfach mit was... Mit einer Rolle, die neben mir steht. Zweite Runde. Jo. Immer noch mit den Russen. Und da ihr... Also, sie sind so lustig geworden. Ja, sie... Ich darf das auf Nährungsleider nicht mehr machen. Weil ich da so viele... Ist Bann deutsch oder englisch? Äh, englisch. Vier kassiert habe. Ich weiß, ich bin... Englisch quasi vergessen. Aber das... Äh, das schnelle Bauen... Das schnelle Brücken geht bei mir grad gut. Nee, das macht keinen Sinn. Warte mal. Schnelles Bauen einfach. Deutsch 15 Punkte in der Schule. Ja, ja. Aber Englisch dafür 2. Ja. Ich darf wenigstens schlechten Deutsch sein. Ich habe 5 Punkte im Deutsch-Abi geschrieben. Echt? Ja. Boah. Und Englisch? Äh, Englisch... Ich glaube... 11 oder 9 sowas. Boah. Aber Mathe 15. Mathe? Ja. Und der Typ... Kriegt wenig nach... Rück... Ach... Wenig... Ja, wenig Rückstoß. Ein sehr vermindertes Rückstoß. Müssen wir dann aber auch vermindern. Höp. Oh. Der Anti... Die Anti-Sprungabwehr war sehr, sehr überzeugend. Du bist ein Profi in der Anti-Sprungabwehr. Ja. Hören Sie meinen Mausmissbrauch oder... Ist das... Man darf das einfach nicht übersetzen, das Wort. Das hört sich einfach so schlimm an. Ja, eben. Also... In letzter Zeit fühle ich das auch mehr, wie die... Ähm... Amis das sagen, dass... Warte... Rutschklicken? Ja... Keine Ahnung. Naja... Das fühle... Ich kenn's nur so... Ich kenn's nur unter Mausmissbrauch und äh... Ja, das war's. Es ist für immer ewig Mausmissbrauch. Die gelb... Äh... Die gelbe Gruppe kommt jetzt. Boah, ich hab den grünen getötet. Ich hab sie, beide. Nicht so schwer. Ich baum mich mal über die... Ich hab seit neuestem wieder voll gut, äh... Schnell bauen. Das ist sehr, sehr gut. Ja, seit neuestem Sativa wieder entdeckt und da... Seitdem geht das wieder. Jaaa... Ich spiel mit dem bösen Löwen, Client. Nein! Jetzt muss ich runterspringen. Aber dafür hab ich die gelben noch da umgerührt. Ich seh das schon so in den Kommentaren, wo einfach so die Zeitangaben und da habt ihr das übersehen. Jaaa... 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 Du hast sogar das... Du hast sogar das Werkzeug dafür. Jaaa... Deswegen studier ich Informatik. Wofür auch sonst? Mhm... Was ist das denn sonst zu tun? So, wenn ich jetzt schon... Wenn ich jetzt nochmal anti-stompen kann, dann... Oh... Oh... Ja, jetzt schau... Das... Was? Ja, du hast... Och Mann! Gönn doch! Ich wollte das sonst richtig... Ich nice anti-stompen machen. Ja... So... Moment... Der wollte mich einfach Trick 360. Das lass... Das lass ich mir nicht bieten gegen den. Ja, wollen wir den einfach kicken? Aus der Runde? Ja, mach halt. So, Rangausnutzung? Nein, 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 das ist so nötig. Ich frag das jeden, jedes Mal... Du kannst rausgehen, du kannst runtersprengen, du hast das Wort gesagt. Jedes Mal, wenn ich mich in Echtzeit im Internet mitteile, möchte ich so Rangausnutzung betreiben, wenn mich irgendjemand nervt, aber meine Zuschauer sagen immer nein. Das ist tatsächlich selber überlassen und der möchte irgendwie mit mir ein bisschen so spielen, aber warte mal, lass mich schon vor. Ich schaff das. Ich glaube an dich. Ja... Der möchte... Ich bin einfach schlecht. Mit so nem Mate. Auf ihm drauf, aber... Und, oh mein Gott, ja. Komm mit Lucky, das... Das... Oh, aua. Eigentlich könnten wir auch unsere... äh, Namensversteckung aufheben. Äh, die Namensversteckung möchte ich sehr ungerne aufheben. Ey, der schützt sich grad so den... so den Arsch ab, oder? Einfach... Aber eins weiß ich nicht, dass wir die No-English-Word-Challenge machen. Der hat da ge... Ich bin auch Fan, ich bin auch Fan von dir, guter Kollege. Schnürschuh. Ich renne einfach durch. Du holst den schon, ich glaube an dich. Nee, weil ich nicht so gut bin. Ich auch nicht. Weil ich gar nicht auf das Ingame fixiert bin, wie jetzt gerade. Ja, das äh... Tja, eigentlich das Wort. Ich bin eh schon tot. Von daher ist mir das egal. Einfach beim Runterspringen die ganze Zeit englische Wörter sagen. Jaja, das, was du sagen würdest, ist einfach... Das ist... Das wär schon... Ja, das ist... Gute Taktik. Einfach so zusammenschneiden, dass es aussieht, als würde man die ganze Zeit runterspringen. Insane, wie viele englische Wörter wir eigentlich in... Wenn wir spielen, wie viel wir benutzen, so. Ich kann halt Abfuck spielen, aber dann... Das ist halt blöd. Ja... Es war doch auch wieder englisch, eigentlich. Was? Du hast das F-Wort gesagt. Was denn? Ah! Ich bin jetzt eh tot. Letzter Zeit spielen... Also es cheaten weniger Leute rein, aber die Leute spielen nerviger. Ja, das ist das. Und zweitens... Ja, okay, so gut war das jetzt nicht. Aber... Nein, es ist... Ja, ohne Probleme. Alles easy. Also ich hab... Die Frage hab ich schon auf Twitchern gestellt. Ich hatte seit Ewigkeiten keinen, äh... Der mit... Weiß nicht... Warte... Ganz hoher Reichweite oder so gespielt hat. Also der mit... Und auch Nuller... Rückstoß bekommen hat. Hattest du da auch einen? Ich hatte seit Ewigkeiten niemanden mehr. Äh... Keine Ahnung... Ich... Ich... Ja, es ist einfach langsam nervig geworden. Also sag ich so wie das. So easy. Ach... Euiuiui... Ich hab keine Lust. Das wird jetzt die Einleitung zur dritten Runde. Mhm... Das ist schön. Wo wir gut spielen. Ne, lass einfach direkt verlieren. Ich brauch nur auf 10 Minuten... Ne, auf 8 Minuten strecken. Der Rest ist egal. Wir müssen einfach mal fünftig spielen und nicht so wie letztens letzte Runde. Wo wir komplett... Äh... Unaufmerksam... Uns den Gegnern widmen. Warum hast du eigentlich das... Ähm... Glücklicher... Luke... Äh... Das ist okay. Den Umhang? Mann! Hast du dich? Das ist extra gemacht. Es hat richtig gedauert, bis mir das Wort eingefallen ist. Äh... Weil mir das gekauft wurde von einem... Von dem... Äh... Guten... Zeit... Den Namen sag ich jetzt nicht weiter. Und von daher... Wieso denn nicht? Ich... Ich feier den Umhang von dem aber auch. Also der ist eigentlich richtig cool. Und ja geil. Wieso... Wieso Fokus... Fokus... Fokus sind sie uns jetzt? Wieso sind wir jetzt im Fokus der ganzen Runde? Das ist... Gefällt mir gar nicht. Du bist halt ein... Warte... Dein Rohrer. So, kommen wir mal. Kommste? Du schaffst es. So, den haben wir. Das noch... Überbauen. Die beiden habe ich. Ja, das war einer meiner. Easy. Und... Du schaffst es. Sie durch. Komm, Tally. Hau Tally raus. Tally. Nein! Schwach! Mit so einem Mitspieler soll ich das gewinnen. Tally sieht so cool aus als Bauart. Naja... Ich fühle das übertrieben. Manchmal kann ich... Manchmal kann ich das... By the way... Junge, ey. Manchmal kann ich das, aber manchmal nicht. Das ist immer so ein... Weiß ich nicht. Auch... Je nachdem wie ich spiele. Weil ich hab... Ich spiele halt einfach nur safe. Ich kann halt das Maus missbrauchen. Und das use ich halt... Ey, ich raste gleich aus, ey. Und das benutze ich halt, damit ich halt sicher spielen kann. Und damit bekomme ich auch kaum Rückschluss meistens. Da brauche ich keine neuen Bauarten. Ja, aber Tally sieht schon cool aus. Ja, ja. Auf Gottes Willen. Ich mach das ja auch immer, wenn ich mich über einen Gegner bauen möchte. Um ihn zu verwirren, mach ich meistens diese gesagte Bauart. Kurz. Ach dieser... Der Kollege, der möchte ein bisschen... Komm ran. Der ist er da wieder. Kollege Schneerschuh. Sag, noch einen Hit. Noch einen Hit. Und der ist tot. Wechselst du eigentlich auf die Spitzhacke beim... Ja, das hab ich auch im Kommentar das erste Mal gemacht. Seitdem macht das gefühlt die Erde. Das ist... Also... Ich hab ja die Taktik veröffentlicht, wie man das macht. Also... Aber von mir hast du... Also ein paar Taktiken. Aber von mir haben sie das? Ich... Die... Ich kenn dich schon seit Ewigkeiten. Ich hab ja noch Aufnahmen von 2019 von mir und da hab ich das genutzt teilweise schon. Ach so. Was ich halt... Äh... Ich kenn... Also ich kenn das mit dem Wechseln von Cameo. Ach der... Ja, ich kenn... Der Typ der einfach dieses andere gut ist. Ging. Der war doch ganz in Ordnung, oder nicht? Ich weiß nicht, das wär der, wo ich immer richtig hart reinschwitzen musste, um... Er hat aber auch manchmal einfach nur nervig gespielt. Ich hab mit meinem... Er spielt halt nervig, aber so stark nervig. Ich hab mit meinem Mate Stefan damals immer gegen ihn gespielt. Der hat mir ja meistens mal geholt. Was hast du gerade gesagt? Stefan! Dein Mitspieler. Ja? Jetzt... Hab ich Mate gesagt? Ja. Hab Mate gesagt? Ja. Nein! Okay, ich bin trotzdem jetzt down. Jo... Hey... Das ist echt nicht lustig, ey. Übrigens, äh... Haut bei meinem Kanal vorbei. Wahrscheinlich... Die kennen dich doch sowieso alle. Nein! Ich hab erst seit zwei Wochen YouTube gemacht. Wie viele russische Zuschauer hast du eigentlich? Deine ganzen Kommentare sind ja nur russisch. Ja, weil die Deutschen nicht kommentieren. Ich hab... Äh... Ich kann mal gleich nachgucken. Also auf jeden Fall viel mehr geworden. Seitdem ich bei äh... gewissen Themen... Stellung... genommen. Ja bei dir läuft's ja auch... Also bei mir läuft's jetzt dieses andere, bei dir aber grad auch. Ja bei mir läuft's richtig gut. Ja. Ach die sind schon down. Ah ich bin auch down. Ich springe direkt. Und... GG. Wenn man sich einmal konzentriert, dann... schafft man. Dann gewinnt man gegen die... Typen. So. Das war's denk ich mal mit dem Video. Hoffentlich. Oder? Ja. Willst du dich haben... Du machst die Anmoderation. Du schaffst das. Ja. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Äh... Schaut bei... Den guten... RNS vorbei. Ja kann... Also bei mir. Äh... Man findet dich sogar wieder über RNS auf Youtube. Gebt gesund und äh... Subt beinahe herein. Ciao.